Ich begrüße Sie zur Lektion soziopolitische Mechanismen und Institutionen. Mein Name ist Kerstin Krellenberg, ich bin Professorin für Urban Studies am Institut für Geografie und Regionalforschung der Universität Wien. Im Rahmen meiner Arbeit beschäftige ich mich unter anderem mit globalen Veränderungsprozessen, deren Auswirkungen auf lokaler Ebene und entwickle Ansätze zum Umgang mit den Folgen. In dieser Lektion geht es darum, den Klimawandel im Spannungsfeld von unterschiedlichen Transformationsprozessen zu betrachten.